Herzlich Willkommen zum zweiten Wager Match auf meinem Kanal. Dieses Mal sage ich es richtig. Es ist ein Wager Match. Der nette Herr setzt hier ein Alaba, den normalen und ich setze Thiago Silva, den ich ja erst gewonnen habe. Schauen wir mal sein Team hier an. Ja. Schönes Hybrid. Ich hoffe, dass ich... Ja, oben ist frei. Geht ja jetzt schon los, ey. Eieieiei. Schöner Schuss. Ich weiß gar nicht, wer das war. Auf jeden Fall. Fehlpass. Nein. Scheiße. Fernando Torres. Erstes Tor. Okay, ich lege es zurück. Konzentration. So, komm. Action jetzt. So. Der ist durch. Der ist durch. Tor. Doch nicht. Zieler. Sehr schön. So, komm. Und nur die hohen Bälle. Nur die hohen Bälle und Tor. Ja. Nur die hohen Bälle. Da kannst du nichts gegen machen. Du kannst da nichts gegen machen. Nur die scheiß hohen Bälle. Der ist die ganze Zeit so hingang. Nichts gegen machen. So. Sehr schön. Obama Young immerhin mal ein Tor. Immerhin mal ein Tor für uns. Sehr schön. Gündogan. Gündogan. Flanke. Ach, Mann. Wieder. Jetzt. Juf. 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 Oh. Scheiße. Schöne Parade. Schöne Parade. Eckball, ey. Obama Young in die Hände. Naha. Halbzeit. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß, wirklich. Ich liege zurück und das darf nicht sein. Ja, Schüsse aufs Tor. Ball gleich viel. Unten ist alles frei. Alles ist unten frei. Jetzt gleich in die Mitte. Okay. Obama Young, Obama Young. Nein. Juf. Ja. Jawohl. Mom Juf. 2-2. Ausgleich. Yes. Sehr schön. Endlich haben wir mal kein Pech bei so einem Kack da. War zwar kein Schöne. Nein. Schöne. Das ist einfach scheiße verteidigt von mir. Echt scheiße. Und ich konnte nichts gegen machen. Ich konnte einfach nichts machen. Hier. Mom Juf. Tor. Mom Juf mit links. Sehr schön. Yes. Wieder Ausgleich. Ist das ein spannendes Spiel. Muss ich ja wirklich sagen. Und es ist sehr schwer. Sehr schönes Tor. Wieder los geht. Nein. Hand. Obama Young trifft. Äh. Verfehlt den Ball. Nein. Raxler. Mom Juf. Nein. So. Panda. Hand. Hand. Flanke. Ach. Warum? Steht da wieder niemand. Mann. Die Bräune. Oh. Maschetti wieder. Schöne Parade. Schöner Schuss. Mann ey. Nur Pech haben wir. Schön gehalten. So Panda jetzt. Ach. Keiner trifft den Ball. Traxler. Flanke. In die Mitte. Mom Juf. Da ist das Tor. Da ist das Tor. 89. Minute. Mom Juf. Goal. Yes man. Endlich. Endlich der Siegtreffer. Und ich hab wirklich gekämpft. Ich hab wirklich gekämpft. Ich hab alles gegeben. Ich lag immer nach Spitzahl. Zieler hat den. Und jetzt weg damit. Ja. Und wir gewinnen das nächste Vajor Match. Sehr schön. 4-3. Echt geiles Spiel. 3-3er Pack von Mamju. Alter Falter. War das so ein geiles Spiel. Muss ich wirklich wieder sagen. Mamju. Man of the Match. Verdient. Schauen wir uns mal die Statistik an. Am Ende hatte ich sogar noch eine bessere Statistik. Boah. Echt krass. Und ja. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da haben wir euch jetzt auch schon das Tauschangebot erhalten. Schauen wir mal. Nehmen wir an. So. Und hier haben wir Alaba. Danke nochmal für das Spiel. Und wenn ihr auch ein Vajor Match oder ein Pink Slip gegen mich machen wollt. Schreibt mich einfach an. Oder schreibt es einfach in die Kommentare. Bitte lasst doch ein Like dafür da. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten FIFA Party. Also bis dann. Bis dann. Bis dann.